Was ist das anstrengendste, was ich bisher gemacht habe, glaube ich, weil wir, naja, das hat verschiedene Faktoren. Ich bin natürlich sehr viel alleine in dem Film oder gerade in dieser Absturzphase von Martin gab es ja keinen vom Prinzip her, mit dem ich da groß am Set war oder mich austauschen konnte in Kollegen oder so. Ich war halt wirklich alleine und dann dreht ja Hans so, dass es kaum Umbaupausen gibt, also dass man wirklich die ganze Zeit online ist vom Prinzip her. Und dann ist das ja so ein Work in Progress auch gewesen. Also wir sind da Tage durch Berlin gelaufen mit dem Filmteam, die immer vor mir weg oder hinterher. Und ich habe in den schlimmsten Ecken gelegen und diese Absturzphase, das war, glaube ich, die anstrengendste Phase. Und als der Junge dann da war und im Wald, als es ihm dann auch besser geht, dem Martin, wurde es für mich auch ein bisschen angenehmer, weil das natürlich in irgendeiner Art und Weise hinterlässt es ja Spuren, wenn man so jemanden spielt, dem es echt schlecht geht. Und da war ich dann ganz froh, als es ihm dann auch besser gehen durfte oder als die Julia Jentsch mal da war oder der Robert Schupp. Also als mal so ein paar Schauspielerkollegen da waren und wir mal ein paar Szenen hatten zusammen. Aber es war unheimlich anstrengend. Es war ja auch ein sehr langer Zeitraum. Also wir haben das ja in zwei Drehblöcken gemacht, weil sozusagen als Bild für die Gesundung von ihm ja dieser Frühling kommen sollte. Und wir das so im Bild auch echt haben wollten. Und da waren nochmal vier Monate Unterbrechung, wo ich auch was anderes noch gearbeitet habe in der Zeit, also am Theater. Und das war unheimlich anstrengend, den so wach zu halten. Und da hatte ich auch Angst, dass der dann plötzlich weg ist, wenn wir da wieder anfangen zu drehen und so. Aber es ist nicht passiert. Aber insofern hat der mich schon ein Jahr fast beschäftigt und verfolgt, der Martin und der Junge. Um das irgendwie, ja erstmal diesen Gang in den Körper zu kriegen und ja auch die Geschwindigkeit, in der der rechnet, der Martin oder rechnen kann, so auf mich zu übertragen, musste ich das richtig üben, richtig lange üben. Und das ist echt nicht so einfach, wenn man das mal ausprobiert und wirklich alle Autos, die vorbeifahren, sozusagen in der Geschwindigkeit die Quersummen aus den Zahlen zu bilden. Ja, genau. Also ein Teil der Vorbereitung war das sozusagen. Der andere Teil war so der etwas theoretischere Teil, also dass ich mich mit, ja in der Psychiatrie war in Altenburg und meiner Schwägerin, die Psychoanalytikerin, das ist eine Psychotherapeutin, gesprochen habe viel über dieses Krankheitsbild und wie man das erzählen kann, ja in so einer fiktiven Form natürlich des Films, genau. Wir haben ja gar nicht so direkt nach Drehbuch gedreht, sondern nach einem Treatment. Und das Treatment hat sich auch, bis wir angefangen haben zu drehen, auch nochmal extrem verändert und so aus der Zusammenarbeit auch mit Hans heraus gewandelt. Und ich weiß nur noch, als ich die Urfassung gelesen habe, das war so eine Kamikaze-Aktion, weil ich irgendwie unheimlich viel zu tun hatte zu der Zeit und eigentlich nur eine Nacht zum Lesen hatte, wo ich aber auch erst um eins irgendwie anfangen konnte und am nächsten Tag sich, oder das war der einzige Termin, wo ich überhaupt nochmal nach Berlin fahren konnte, um mich mit Hans zu treffen. Und da weiß ich noch, da habe ich das bei meinen Schwiegereltern dann irgendwie ausgedruckt und saß da nachts und ich habe halt gespürt, dass das irgendwie eine ganz besondere Geschichte da drin steckt, über einen ganz besonderen Menschen, sagen wir mal. Ja, und dann bin ich irgendwie nach fünf Stunden Schlaf schnell nach Berlin gefahren und habe dann mich mit Hans getroffen, um darüber zu reden. Ich würde fast sagen, dass das psychisch anstrengender war, obwohl das physisch natürlich auch total an die Grenzen ging. Aber das ist ja was, wo man weiß, das gesundet und da geht es ein paar Tage später, ist der Muskelkater weg oder es tut nicht mehr so weh. Aber so diese psychische Komponente dieser Figur, das ist schon nicht ohne. So da auch, ja man will ja gesund bleiben als Schauspieler und man darf das ja nicht zu sehr sozusagen verinnerlichen. Man muss ja auch wieder rauskommen. Und da habe ich Glück, dass ich so eine gesunde Familie habe und eine Frau habe, zu der ich zurückkehren kann und die mich dann auch so, also wo man ganz schnell wieder Boden unter den Füßen hat. Aber ich glaube, diese psychische Komponente war schon die anstrengendere. Also das hält man ja nicht durch, wenn man diese Abgründe, in die man da manchmal hineinschaut als Schauspieler, dann wirklich auslebt. Das ist ja eine Riesengefahr so und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das wirklich, dass man das spielt, also im positiven Sinne. Das ist auch das, was bleibt oder was mein Leben lang, glaube ich, bleiben wird, dass ich keine Angst mehr vor solchen Menschen habe und auf die auch zugehen kann und eine andere Form von Verständnis für diese Menschen und so eine Empathiefähigkeit auch, dass einem das halt egal aus welcher, und das ist ja wirklich auch in der Recherche so gewesen, egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht man kommt, man ist davor nicht gefeit und man kann nur sein Leben lang für kämpfen, dass man da nicht hinstürzt oder irgendwie sich ein Umfeld, ein soziales Umfeld aufbauen und erhalten, dass das einen selbst davor bewahrt, wenn man wirklich psychisch an so einen Punkt kommt, dass man ohne Hilfe nicht mehr rauskommt vom Prinzip her. Es gibt so zwei grundlegende Dinge, an die ich mich erinnere. Das eine ist, in bestimmten Situationen gegen die eigene Angst als Schauspieler vor einer Spielsituation oder einer Szene anzukämpfen und sich darauf einzulassen ohne Angst und diese Angst zu überwinden. Und da fallen mir viele Situationen ein. Also dieser Stunt zum Beispiel, also wenn er da in der Mitte der Straße läuft und einfach abbiegt in den fahrenden Verkehr, das war wirklich so ein Ding, wo man so eine Urangst überwinden muss, weil ich durfte da ja wirklich nicht hingucken. Und das waren zwar alles Stunt-Autos und Stunt-Fahrer, aber ich musste wirklich auf das Stichwort vom Buff, also von dem Stunt-Koordinator, also ohne zu gucken, in den fließenden Verkehr reinlaufen. Und mit mir das ganze Team. Und die waren aber ein Stück weiter weg, logischerweise. Und das ist so eine Überwindung einer Urangst. Das ist, glaube ich, auch, oder auf jeden Fall hat das Puff gesagt, noch nie gemacht worden vorher in einem Film. Das ist ja eine Einstellung, also da gibt es keinen Schnitt, sozusagen. Und das ist so eine Urangst, die jeder Mensch, glaube ich, hat, die ich da überwinden musste. Und das war echt krass. Also es war auch mit jedem, das wurde auch nicht besser. Das war jedes Mal eine Überwindung, sozusagen. Die Autos fuhren vorbei und er sagt jetzt und du biegst da ab und das quietscht und die bleiben so viel vor dir stehen, du läufst weiter und der Letzte erwischt dich dann.